herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge hier bei der 19 auf dem offenen marsch und so 2.6 so steht da gerade verkehr fest das ist typisch also ich wollte eigentlich die fahrzeuge jetzt ein bisschen warten und reparieren aber das muss man nicht gönnen einmal ein da können wir das mit dem haus aktivieren wieso steckt er ja das ist ich dachte ja eigentlich der körper vorbei das war ja irgendwie karten vorbereiten und dass der jetzt hier im weg steht naja gut wir machen mal platz der nicht wort mit dem traktor nehmen für für nachschub damit da böse sache ne gibt's doch gar nicht keiner gesehen ne ja da sind irgendwie ich hatte ja eigentlich keine normale bereifung das sollte eigentlich gemacht werden ok gut gehen wir mal weg fahren das ist eher was für kleine felder nicht mit 15.000 liter stellen wir jetzt da hin wenn man stehen weil ich bräuchte ja spätestens dann wenn jetzt die Punkt 1 der das ist schon ziemlich spät unser hopfen geerntet wird dann muss ja gleich hinterher wieder gekalkt werden und gedüngt werden wenn man das nicht kalkt werden muss und deswegen fahrt man nicht in die garage rein für die brauchen wir nämlich tarak haben auch drin aber wie gesagt das ist wir haben auch kompost drin aber für nächstes jahr wenn wir auf jeden fall immer tarak anbauen ein kleines normales feld falls doch mal knapp werden sollte ja ich denke mal morgen machen wir die nächsten folgen einsteigen aber ich wollte den vr waschen und reparieren also dann kann der normale bereifung kriegen tag nämlich können wir auch mal der nächste eine eigene tatsche aufstellen selber nachhalten können also von einer eigenen produktion so da hat das hier nur pflege bereifung das wollen wir jetzt nicht haben wollen ja für 3 300 macht immer ganz gut und gut dann eher kurz waschen und schon böse aus morgens mittwoch ja ja ich kann immer der jüngste halt nicht mehr so durch früher war das alles da konnte ich vier fünf stunden durchspielen aber gut und davon nicht vergessen dass ich zur arbeit gehen und das ist auch noch ein bisschen schlauch ne bisschen obwohl ich eigentlich früh gut ausschlafen kann trotzdem ist das so weiß ich warum aber ist so bleiben wir ein so hinten an kämpfen noch der könnte ja eigentlich auch normale bereifung kriegen eigentlich bei da wir karten immer im prinzip bevor wir das bevor das wachsen kann und daher ist es je macht immer auf null das ist nur ungünstig ja so den können wir immer trotzdem mal gleich mal hier voll machen lassen da steht ja hier nicht im wege und den können wir immer ups da wäre weiter passiert denn dünger für bald alle wären bei unserem 10 runde der hat immerhin auch von 300 ps ne also ziehe das prinzip taktoren voll die vor die bisschen mehr ps haben da die ja ein bisschen mehr kraft haben da will er nicht da will er nicht der ist noch gut gefüllt der ist noch gut gefüllt den Dünger nachfüllen ja fies müsste ein bisschen warten normalerweise er verarbeitet ja auch ein bisschen da kann man nachher umstand auffangen kann es ja nicht wieder abkippen der Dünger gleich mal nehmen der produziert sowieso wieder neu er war ja wieder fertig gewesen ne war dann gab es alle wenn man fährt ich meine eine große Menge hatte ich ja nicht gehabt aber wie für unsere kleinen Zwecke da reicht halt aus da werden wir halt nächstes Jahr ein bisschen damit schon ein bisschen mehr Felder genommen und ein Jahr darauf fällt er auf jeden Fall noch einige Kaufer, wir werden Zmähn verkaufen können später und Ziegel und so Zeug, Plastersteine und noch andere Sachen halt, also Futter und Milch und Bauerei haben viel drin, aktuell die Preise, ich fährst zu lang, Junge, das war schon grob verkehrt, aktuell können wir auch noch verarbeiten, für Papier, ja das können wir auch noch mal liefern und da müsste ich mal die, da können wir auch Holzproduktionen machen, zwei, drei, da kommt nur ein Platz für die Dichtbomben-Sägewecke eigentlich, ja so, guck dir auf, muss ich mir ne Maus ausrichten, ne, na, ich bin müde, ich hätte mir näher gleich mal hinlegen, ich hab keinen Zweck, ich hab ja morgen auch noch Zeit und Donnerstag auch noch Zeit, von daher, alles gut. Oh, ich bin vertrödelt wieder nach der Arbeit, hat ein oder andere noch gemacht, Treiber aktualisiert und so, das war ja heute auch für die Meldung, der Treiber macht besser sowas bevor man die Aufnahme anfängt, denn spätestens dann, wenn man dabei ist, kommen wir in diese Meldung, das stören, da kann auch sein, dass plötzlich das Bild weg ist, ne, also sich verabschiedet und daher, dass man die Meldung, dass die sich aktualisieren wollen, ne, ja, Spiegel sind nicht nutzlos, sehe ich nichts, so, ich stelle mich die Brücke ab, gut ist, ne, Spiegel, wie sieht's aus, ja, können wir gleich mal, äh, auffüllen, ne, das dauert nicht lange, also 815, da können wir warten, also 830, ja, zunächst Bereitung ist für den Mod, äh, eigentlich Pflicht, ne, sonst hast du hier, stellenweise, arge Arge Probleme, ne, wie sieht's überhaupt aus, okay, aber der schlechte Fall, eh klar, die Prozente, ne, die sollten eigentlich 40% sein, dann gibt's keine Dürre stehen, ne, also, hier, aber ich finde trotzdem, äh, sehr gut, das Kursplayprinzip so gut funktioniert, ne, das ganz blöde ist, das ärgert mich am meisten, wenn hier alles perfekt funktioniert, dann kommt ein Neuerlässt, ne, gut, wir haben eh ein Jahr länger zur Verfügung, ist ja im Grunde nicht schlecht, wir können mal gucken, solange er jetzt unterwegs ist, mit der Fruchtfolge, wir hatten ja Gras, ne, äh, Quatsch, äh, ja, Getreide und Hafer, sagen wir mal Gerste, und jetzt machen wir, äh, Gras rein, ob das hier von der Werte, äh, guten Wert ergibt, ne, man möchte ja ganz gerne, 1,24% ist gut, das ist ein guter Wert, ne, da wo wir Raps, wo wir vorher Raps hatten, also Weizenprinzip, sagen wir mal ganz kurz, Weizen, da haben wir jetzt Raps gemacht, und da haben wir 1,08, ist nicht optimal, es kann besser sein, aber wir haben nichts anderes, ne, wir müssen ja ein bisschen gucken, ne, Zuckerrüben auch noch 1,08, Pappeln 1,4, ja, aber Pappeln ist, wo das eigentlich zum Typ Gras her, ne, achso, ja genau, ja, Karotte, ich sag mal, ja, gut, was wollen wir hier auch nehmen, ne, das ist ja nicht so einfach, ein Zernerberg, ja, okay, also ist eigentlich, ne, das ist eine eigene Frucht, mehr oder weniger, wir haben jetzt, denkst du auch, also geplant, äh, hab's, nach dem Hopfen, was kommt da am besten rauf, ne, Hopfen, wenn da haben wir es Hopfen drauf, dann müssen wir nächstes Jahr sehen, was wir da nehmen können, ne, geplant habe ich ja, nach dem Hopfen, kann auch im Frühling oder noch später noch ein Gras einsetzen, ne, also Weizen, wäre schlecht, ja, beides Getreide, Baumwolle, hm, da wäre auch Raps ideal, aber Raps außerhalb ist zu spät, wenn Hopfen fertig ist, ist zu spät, Sonnenblumen, Frühling wäre eine Option, so, ja, aber kein Ertrag, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, ja, das brauchen wir auch, also Zuckerrüben, Hopfen, das ist auf sauer, es folgt ja auf, ja, Pappeln wäre gut, ne, Karotte, Zwiebel, Rocken, ja, Getreide, Getreide ist eh schlecht, aber, ja, schwierig, ja, wahrscheinlich Sonnenblumen, mal sehen, wo sehr, da ist er, entlassen, und wir klappen mal ein, und dann gehen wir rüber auf, ja, das Hopfen so, wir machen, ne, ist halt so, ne, das ist keine 100%, ne, äh, von der Fruchtfolge her auch, ne, so, oh, vorne war es, glaube ich, ich bin ja, ne, ja, das Blut ist irgendwie zwei Kammern, und das macht es ein bisschen leichter, ja, da kann man beides, äh, mit einem Mal, so, ne, da müsste ich den Kurs speichern, ja, da würde ich mal eine Helfer, wir können auch eine Helfer nehmen, das ist kein Problem, hat er drei Mal gemacht, der normale Helfer macht halt auch, das Problem ist immer das Vorgewende, ne, dass da der Helfer, äh, so hinterher viel nacharbeiten müsste, und das wollen wir ja nicht unbedingt alles machen wollen, ne, das ist ja auch blöd, so, gucken wir mal mit X, jetzt nicht genau drauf, ne, ja, so klappt das, ganz gut, ja, liebe Schauer, das soll es auch schon schon heute gewesen sein, und man fühlt unter Tau, ja, morgen geht es hier weiter, ne, hier, auf dem Marsch, mit der Aussaat, und später die anderen Fahrzeuge wieder, ne, wollen wir mal ein dickes Dank für das, dass ich rein schauen, ja, ich mache mir jetzt eine Feierabend, und morgen geht es hier weiter, tschüss.